So, heute möchte ich euch mal zeigen, wie man am besten so ein ganz normales Wüstenhaus verschönern kann. Und ich hab dann direkt schon mal die ganzen Spitzen und Muster raus gemacht und zieh jetzt so eine Art Stützen, weil so ein Haus würde einfach umkippen, wenn das so darstellen würde. Und ja, da ich das bisschen langweilig finde, wenn man überall an jeder Seite zu Stützen dran packt, habe ich jetzt hier angefangen, so einen Säulengang ranzubauen, wo dann später auch eine Dachterrasse drauf kommen wird. Und hier beginnt dann auch schon die Teilarbeit. Also ich hab dann hier angefangen, so ein paar Stufen so zu platzieren, damit das halt ein bisschen detaillierter ist und man halt überall halt erkennt, dass das nicht so dahin gerotzt ist. Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ja, ich war dann am Ende ganz zufrieden mit dem Bögen da, also mit diesem, keine Ahnung, Torbögen oder wie auch immer man das nennen mag. Und wie ihr auch schon seht, ich hab da in zwei Ebenen gebaut, was eigentlich mindestens der Fall sein sollte. Also am besten sind sogar drei Ebenen. Da zeige ich euch später noch was dazu, wo ich halt auf teilweise fünf Ebenen gebaut habe, was halt schon im Verhältnis viel epischer aussieht als das hier. Aber nichtsdestotrotz ist das halt für ein kleines Haus auch schon Detail genug, finde ich persönlich, wenn man zwei Ebenen nimmt. Da ich dachte, dass die Säulen oder diese Stützen halt ein bisschen langweilig aussehen, wenn die halt nur so gerade nach oben gehen, hab ich da so ein paar Stufen hingemacht. Und die Zwischenräume dann halt mit einem anderen Muster gefüllt, also mit dem, was ich hier gerade baue halt. Und dann auch später geguckt, was ich in die Ecken reinmachen kann. Also, dass halt wirklich überall Details sind und halt überall was gemacht wurde. Nicht, dass da irgendwo eine Stelle ist, wo halt nichts ist. Und jetzt bin ich gerade dabei, eine Kuppel zu bauen, also so ein röndliches Dach auf dem Haus. Der Platz hier für eine Kuppel ist relativ knapp bemessen, also normalerweise nehme ich mir für solche Kuppeln mehr Platz. Werd ihr nachher auch nochmal sehen. Und ich hab hier rumprobiert und rumprobiert und es dauert halt eine Weile, bis man so eine Kuppel fertig hat, weil es ist halt immer so eine Sache rund in Minecraft zu bauen oder so röndlich zu bauen. Ja, und da hab ich halt viel probiert und dann letztendlich doch die Kuppel gebaut, die mir dann halt zu dem Haus ganz gut gefiel. Und ja, ist eigentlich, also wirklich nur rumprobieren und nicht aufgeben. Mehr ist da eigentlich nicht dahinter, hinter diesem arabischen Baus, den ich momentan halt echt verfolge. Und ja, halt hier mit, richtig viel mit Stufen arbeiten, das ist das Wichtigste, egal ob es halb Stufen sind oder ganze Stufen. Und viel mit Überkopfstufen und halt seitlich so ein bisschen, ja. Und ja, das war jetzt die Kuppel, die mir gefällt. Und jetzt bin ich gerade gleich noch dabei, noch so ein paar Details hier reinzubauen. Also, damit es halt auch da unten nicht so flach ist, halt noch so ein paar Stufen. Und ja, dann dachte ich mir, ein Balkon wäre doch ganz geil oder halt so eine Art Balkon, wenn man das so nennen darf. Und hab dann halt dort so ein bisschen mit Stufen auch gearbeitet und experimentiert, damit es halt nicht so langweilig und schlicht aussieht von unten auch, weil der Spieler läuft ja unten lang und sieht es ja von unten. Und deswegen muss unten auch ein bisschen Detail sein, meiner Meinung nach. Und ja, auf dem Balkon habe ich dann auch ein kleines Bäumchen gebaut, was ihr hier dann auch direkt sehen könnt. Beziehungsweise auf der Dachterrasse ein großes, richtiges Bäumchen. Er hat eine Palme, wie es halt in dem arabischen Baustil meiner Meinung nach recht gut passt. Halt auch, achso, das ist auch mein Tipp beim Bäume bauen, viel mit so Sticks, äh, Sticks sag ich schon. In Wirklichkeit sind es Stöcke, hier heißt es Zaun, mit Zäunen halt so zu bauen, damit halt diese Verholzung so da ist und halt auch mit Half Slabs im Stamm zu arbeiten. Das finde ich ist dann immer ganz, also kann ganz gut aussehen. Angefangen hat es jetzt halt mit dem kleinen Haus, also mit diesem Wüstenhaus, was ich halt ein bisschen aufgepeppt habe, meiner Meinung nach. Ähm, und es kann dann hingehen, dass man eine Stadt baut, wie ihr das hier zum Beispiel seht. Aber das ist halt auch nur der Anfang. Es geht dann halt noch zu krasseren Megabilds hin, die ich halt auch momentan verfolge. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr sehr gerne ein Like da lassen. Oder auch wenn ihr neu seid, den Kanal abonnieren. Das wäre es von mir und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.